Sicherheitskräfte Da schleicht auch einer rum Und das Bild ist ein bisschen kaputt Hey, Lebensenergie Wieso steht das sonst nicht so oft da rum? Hey, ne Granate Scheißgranaten, hey Kulander, was weiß ich wohin Geh weg du Fritzchen Hm Ob der Riesendinger aus so nem Loch gekommen ist? Ich bezweifle es Na los, geht doch dahin So Ich warte mal ein bisschen Mal gucken, wie viele von den Viechern sie verheizen Oh Grad sag ich's Und schon sind sie fertig Jetzt ist Munition wieder voll Ähm Warte Äh Ach, scheiß Wand da Zum Glück ist das hier auch schutzsicher Oder auch nicht Ich Ich wollte eigentlich nur gucken Ob die Ameisenlöwen da kommen Hm 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 Wie krieg ich dieses Minenteil da weg? Hm Ungefähr so Höh Schießt es da auf die Typen? Nein Nein Tut's nicht Au Sack Von Von wo kommt denn die an gerannt? Die brauchen so ewig bis sie wieder da sind Warte sicher Warte sicher Warte sicher Ich war jetzt aber nur drei Äh Da steht er da und guckt mich an Habe ich jetzt das dämliche Viech gekillt weil das Sag mal Willst du mich verarschen? So So Toll So Echt jetzt So Ui 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 Es hat einmal geklappt Diese blöde komische Energiekugel Was auch immer da durch die Gegend zu feuern Hä Da steht da so eine Bartwand im Weg Manchmal verstehe ich es echt nicht was die Viecher machen Manchmal bleiben sie einfach stehen und warten auf Weiß weiß ich was Und manchmal Und manchmal Rennen sie von alleine los Hä Muss ich hier hin? Ah ne Moment Achso da hat er ein Pfeil rein gedrückt Ähm Alter willst du mich verarschen? Ähm Echt jetzt? Wegen so einem Wichserviech da Ey ohne Scheiß Was Ich kam ja da nicht weg Ich kam ja da nicht weg Los hinter So Zum Glück sind diese Löcher hier groß genug Ja Schön Ihr habt's geschafft Achso Achso das war wieder das Ähm Haha 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 So Und jetzt geht mal da rein Ihr blöden Viecher und Ameisen Macht mal was ihr sollt Hä war hier nicht gerade eine Kiste irgendwie Nein Ah Ihr blöden Ameisenlöwen Hey So Jetzt kommen hier wieder Granaten angeflogen Komm schon Alter wie viele kommt denn da noch jetzt auf einmal Na ja bald nicht mehr viele Na ja bald nicht mehr viele Pam Jetzt hing er da in der Im Zaun fest oder was Ich würde ja sagen ich gucke einfach mal zu aber ich hab bestimmt getroffen wieder Wo ist der Typ hin Okay So Der steht da irgendwo blöd in der Ecke Komm her du blöde Sau Komm her du blöde Sau Dramatische Medizinsysteme aktiviert So Am Arsch Hä Hä Wo ist das Viech Ich höre es doch noch da irgendwo Ist da noch so ein Viech drin Achso Achso das sind meine Ameisenlöwen Glaub ich Ah ja Äh Und ich denk grad Ey Was sind das für Viecher hier Was sind was sind was sind So muss das So ist das gut Warte mal Ah ja Diss Equipment Starts und Stopps automatisch Alles klar Alles klar Kommt mal wieder mit Hier liegt nix Toll Und jetzt stehen sie natürlich alle im Weg Lass mich mal über dich drüber hopsen Ah ja Da ist wieder hier Minenfeld Aha Äh Was ist Los rein mit dir Ich glaub wenn die so einzeln da rein rennen wird das nix Das ist voll geil wie sie hochkommen Gucken sie mich an Ich geh weiter Servus Ich geh weiter Ähm Was ist los Scheiße hier im Weg liegt oder was Ich hab da jetzt alles Hab da jetzt alles äh Partiert Jungs Ohne Witz Da kommen sie dann hierher und warten Alles fertig Ohne Das ist ja gar nicht Schuss Wöö Der eine dept schmeißt ne granate der andere lauft rein Geht mal da hin da hin So Da haben wir auch alles vor Okay, sehr gut Oder auch nicht So, was sind hier überall diese scheiß Schussanlagen Geh mal weg da, blödes Regal Ich geh mal, gucke Einfach mal kurz angezogen Oh komm, fall um Oh oh Äh Sag mal, da kommt doch Gas raus Wieso knallt das nicht? Ah, jetzt Da will ich mich verarschen Mist, auf so eine lange Distanz klappt es nicht Nö, das ist auch noch aktiv So ab ins Feuer mit dir So, ein bisschen aufräumen, dass die da durchkommen Diese nicht sehr schlauenden Viecher Das geht nicht Ja, Haupt, was macht ihr da? Also ein halbes Magazin in der Schädel Da fällt erst noch ein 20. Schuss um Ah toll Und da stehen sie rum Ihr Deppe Ich hab noch irgendwo Lebensenergie übersehen Äh, nein Juhu Anzugenergie Hau ab Ich muss irgendwie Hey, es hat mal geklappt Was geht? Blöde Granate Ach, da hätte ich auch durchgekonnt Naja, jetzt ist es zu spät So Kann ich das hier aufmachen? Äh So Lebenszeichen Ja, was Lebenszeichen Geh weg jetzt Komm ich da durch ohne zu verrecken? Nee, komm ich nicht Ähm Alter Na los Mach was, Fritzchen Jetzt muss ich natürlich warten, dass der da Sonst kille ich den gleich noch mit So Klappt's noch mit den Granaten Äh Echt jetzt Hö Höe Hü Gut Klappt Kaputt So alter schlappe ich glaube die viecher sind ein bisschen überfordert jetzt lassen wir noch mal dahin gehen weil da waren nämlich ein paar kiste so ein komisches ach so das war ein bein von den ameiser viecher aber auch eine kiste das heißt da müsste eigentlich noch da dann nur diese eine komische granaten links drin okay dadurch das blöde noch da komme ich nicht durch so das heißt ja ich müsste nur weiterkommen wo ich das gerade gemacht habe fällt mir das leute video ein okay okay immer nur der tipp wo man eben wollte immer nur so okay das hat aber auch geil gepasst halt dein schnauze ist er jetzt tot oder bist einfach nur hochgegangen um zu gucken wer auf mich schießt als nächstes ja ich komme hier raus eigentlich oder was ballert hier durch die gegend so energie granate geht es hier weiter achte durch das loch wahrscheinlich aber bevor ich das tue einmal das geh weg jetzt ich will der hund meiner schwächer steht aufständig einem vor der füße weil ich mir so weiter was will so leckerlis und so äh da ist noch ein bisschen was drin ach so oh man da komme ich aber nicht mehr zurück und dann kriege ich das letzte fitzelchen wo ich da hab nicht mehr wo schießt es denn da äh da kann ich gar nicht rausgucken hm okay dann mal los warte mal kann ich die vorschicken na los dann geht okay das heißt die wege trennen sich außer da unten sind nochmal irgendwo löcher die ich äh das da und das da soll ich die fässer vorher kaputt machen nein okay dann springe ich jetzt das da das da